servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal blizzard hat etwas neues ins spiel gebracht mit dem zweiten teil des prepatches von dem ich nicht wusste und wo ich sagen muss b das ist ziemlich ziemlich cool gemacht und zwar handelt es sich dabei quasi um so eine kleine zusammenfassung was ist eigentlich in den letzten drei addons geschehen das blöde an der geschichte ist ich habe damit nicht gerechnet man kann das ding pausieren indem man aus dem spiel tappt aber bei mir war es so mit dem ersten char mit dem ihr euch einloggt startet direkt diese sequenz ich habe dann aus dem spiel getappt und wollte das ganze auf deutsch aufnehmen damit ihr es euch noch mal angucken könnt habt aber wie es aussieht ziemlich die aufnahme verkackt also im normalfall würde dann hier wenn ihr das erste mal einloggt ein schwarzer bildschirm kommen und dann startet eben jene cut ziehen ich habe das ganze versucht auf twinks zu reproduzieren das ist allerdings nicht möglich also ja sehr sehr schade kann man sich nicht noch mal angucken gibt es soweit ich weiß auch aktuell nicht auf deutsch auch nicht vom world of warcraft channel und dementsprechend verlinke ich euch in der video beschreibung wenn ihr es euch noch mal anschauen wollt mal den video trailer von wowhead wo es noch mal um alles ging was so passiert ist also sag ihr das hat sein großes schwert in azzorot reingerammt magni ist zurückgekehrt und hat alles getan oder wollte alles tun um die welt zu retten dann kam ein soth dazu als bedrohung der einen pack geschlossen hat mit xalatath das war die shadow priest dame oder die dame in dem shadow priest dolch uns helden ist es danach gelungen uns zu bezwingen xalatath ging ihres weges dann wird weiter gemacht mit den schatten landen dass der himmel aufriss während des reich des todes gegen anduin benutzt wurde um schlimme taten zu vollbringen und letzten endes konnten wir auch diese bedrohung bereinigen sehr interessant dass dabei gar nichts über den kerkermeister fiel sondern nur über anduin also scheinen wirklich die sachen gesponnen worden zu sein die für jetzt noch relevant sind nämlich irilikron wurde auch erwähnt der ein uraltes relikt gefunden hat das dunkle herz mit dem er ja auf die titanen jetzt quasi wartet was das genau macht wissen wir aber scheinbar auch noch nicht und das denke ich wird noch einiges dazu kommen jetzt im verlaufe des addons und dann ging es im letzten teil noch so ein bisschen um dieses diesen flüsternden gesang den man überall über azeroth gehört hat alleria hat sie aufgemacht das zu untersuchen und ist dabei wieder auf xalatath gestoßen die jetzt gerade wieder aktiv ist nach einiger zeit wir wissen nicht wo sie sich aufhält wo das dunkle herz sich aufhält ging da noch mal um diesen locus walker also allerias lehrer quasi der erzählt hat dass seine welt von diesem void lord dimensius zerstört wurde und dann kommt noch die frage ob xalatath das auch plant und locus walker sagt dann nur wir müssen sie aufhalten wenn nicht ist azeroth endgültig doomed also ja wird sich seinem schicksal ergeben müssen alles in allem ich war sehr überrascht dass dieser trailer eingeblendet wurde finde das ding aber ziemlich ziemlich cool es ist eine sehr gute idee sowas einzuführen und somit den leuten wenn sie jetzt länger nicht eingeloggt haben ein kleines recap zu geben sag mal was ist eigentlich passiert was was ist jetzt gerade sache finde ich eine schöne geschichte link dazu findet ihr wie gesagt in der video beschreibung sorry dass ich es verkackt habe auf deutsch aufzunehmen aber ja shit happens shit happens und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video